Ganz herzlich willkommen hier in den Räumlichkeiten des Fortuna 95 Handwerker-Clubs. Die Wolf-CHA-Wärmepumpe zeichnet aus eine einfache Installation mittels Plug-and-Play-Lösung, mittels voll ausgestatteter Inneneinheit. Unsere CHA-Wärmepumpe ist ein sehr effizientes Gerät. Wir haben einen COP-Wert von über 4,5 und sind somit förderfähig im Altbau und im Neubau. Die Wärmepumpen sind das Heizungssystem der Zukunft. Das ist für die Fachhandwerker dementsprechend ein unglaublich wichtiges Thema. Wir kommen ganz häufig aus diesem klassischen Öl- und Gasbereich und diese neue Technologie, die erzeugt natürlich viele Fragezeichen bei vielen Endkunden, bei vielen Fachhandwerkern. Wir haben da dieses Jahr ein neues Produkt auf den Markt gebracht, führend was energieeffizient angeht, führend was die Lautstärke quasi angeht, also besonders leise. Und das wollten wir heute mal im Detail vorstellen. Heute bin ich das erste Mal selbst live dabei und muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht und war auch ein sehr interessanter Abend, sehr interessierte Gäste. Ich fand auch das Stadion sehr beeindruckend, habe das so auch noch nicht gesehen. Also wie gesagt, für mich eine gelungene Veranstaltung.